Bucke, come on! Hallo Leute und Willkommen zu Part 2 von Sleeping Dogs Ja, es geht gleich weiter da wo wir aufgehört haben vor dieser Tür So Also mein erster Eindruck vom Game, also die Ladezweiten zwischen den Screens Ich weiß nicht ob das jetzt woran es liegen kann, aber Das ist schon nervig und die Konversation zwischen den Geistern finde ich auch ganz toll Habt ihr gesehen, die Tür ging von magischen Kräften alleine auf Was sich in diesen alles draufhaben, unglaublich Respekt Ach ja Hey, Jumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me Your parents don't even know me Once we get to know each other, they'll love me You're okay, die I'm gonna save you Leave him alone We'll win, we'll win I'm gonna call the cops Huh? You don't want to talk to me You don't want to talk to me Hey! You don't want to talk to me like that Stop it! Hit her up, I don't care who you are Let go, Jackie I'm gonna fuck you up Okay Drei, drei, vier, fünf Einfacher Combo Okay Also ein Tutorial wie man Trittschwerer Schlag halten Halten Okay Power Knieattacke ausführen Knie zweimal links, einmal rechts halten Halten Ja, Mai, doch Ja, Mai, doch Ah Sie können bis zu vier leichte Schläge kombinieren Mit Angriff und einem schweren Schlag abschließen Probier mal Ein, zwei, drei, vier Okay, das war dreimal Moment Eins, zwei, drei, vier Hatt mich gesch... Niemand schubst mich Woah, das geht richtig auf Richtig geil Auf die Fresse Niemand Schubst mich Zeitlupe, das haben sie alle drauf Jetzt wieder ein Ladescreen Die Fresse Auf die Fresse Halt mich Halt mich Ja, okay Kommt die Fresse Läher Okay Ach du Scheiße Drücken sie F um einen Block um einen Gegner zu packen Tippen sie an um einen Block zu verursachen Drücken sie E um den Gegner eine Beliebiger Ah, okay Der Block auch wieder Dann packen Space Richtig geil In die Wand Willst du auch gegen die Wand? Komm, komm zu deinem Kollegen gleich in die Wand Ja Und du auch gleich Okay Wie ihr mich immer schubsen Respektlos Okay, nicht verklappen hier Wir haben mal richtig viel Blut auf jeden Fall hier im Spiel Okay Boah, wie ihr mich schubs Gegen die Wand mit dir Komm auf den Boden Ja, komm Okay, der ist schon tot Beziehungsweise Außer Gefecht Den auch noch Da ist noch einer Drücken sie F um einen Gegner zu packen Okay, F Boah, das tut mir lebt Sehr viel ansehen wie mir Amerika gemacht Recht hier den Schleer-Typen an wie hier Jajaja Auf jeden Fall Ein geiles Spiel Gefällt mir jetzt schon Ich hab jetzt zwar noch nichts vom Open World Faktor mitgekriegt Aber Komm, wahrscheinlich Ja, ich bin okay Muss man also gegen die Ladescreens machen So Here we are Winston's mom owns the restaurant Winston's mom Winston ist doch dieser Anführer Denk ich mal Werden wir alles noch erfahren Aber die erste Schlägerei war auf jeden Fall lustig Oh Was ist die Eglisie aus? Ich bin nicht so großartig 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 Was ist das denn? Ich bin auf vacation. Jacky hat gesagt, dass du jemanden hast. Oh, Jacky, okay? Nein, 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 nein. Du solltest du gesehen, Winston. Warum hat er nur zehn Leute in den Markt geschenkt? Ja? Sie haben uns verletzt. Ich denke, du kannst du besser helfen. Wie ist das denn? Winston, ich mag nicht das Cocky, little fucker. Wait, 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 wait a minute. Haha. Dangyatsang. I do remember you. You had a... a sister, right, Hamaya? Yeah. Nemi. Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hang on with all guys. No offense. Danai sok to baoga. Hahaha. Where is she now? Aber leider zu heiß. Sorry. Oh, you see her. So, 10 Leute, huh? You feel this? I just crazy. Try capable. We'll see. Conroy. You know that problem we got in the market? Why don't you take away with you? Ja, wir gehen gerne mit auf den Markt. Ja, wir gehen gerne mit auf den Markt. Ja, wir gehen gerne mit auf den Markt. Ja, unterhaltet euch mal über mich. Also, ich bin anscheinend undercover cop. Und ich muss wieder irgendwie beliebt machen. Bei den Gangs. Hm. Alright. You want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude. See what he's got. Great. That's all I fucking need. Okay. Jetzt muss ich gegen die kämpfen. Die wollen wissen, was ich drauf hab. Dann zeig ich euch jetzt, was ich drauf hab. Okay. Lück dich nicht mit Shen an. Drücken sie, um zu kontern, okay? Mit ne rote. So, kontern. Ich hab nur gekontert. Ja, komm, den vermögen wir jetzt. Ich muss die Kahn überleben. Okay, also es ist nicht überlebens. Dann blocken wir einfach. Komm. Okay. Drei Sekunden überleben. Komm. Jetzt müssen wir jedes Mal die Schläge blocken. Okay. Blocken. Okay. Geblockt. Der ist aber schon mutig. Okay, das war's für den. Okay. Komm. Ja, das geht doch. Hello, boys. Ja, das war gar nicht so schwer. Hab ich mir schwerer vorgestellt. Aber ist ja auch die wirklich erste Kampf-Szene jetzt gewesen, wo man überleben muss. Hab ich, denk mich ja mal gut angestellt. Okay. Okay. Also, die lieben Herren sehe ich, aber mich nicht. Ich weiß nicht, warum. Ein flingender Hut. Richtig geil. Wie geil. Ja, also, das ist Doggeist. Der Anführer. Der anderen Gang. Ein schwebender Hut. Müsste echt aufpassen. Diesen hart. Wie lustig. Wie lustig. Wie lustig. Wie für was die? Was soll ich mich einmal! Wie länge hat Engineering. Das war's denn. Hey komm, du bist dich jetzt. Arrogante Penner. So aufpasst wie er mit ihr redet, irgendwann verprühe ich sie noch. Kein Problem, machen wir doch gerne. Oh, ein schnelles Ladescreen, das hast ja schon mal was getan. Gehen sie zum ersten Händler. Okay, also das ist anscheinend der Nachtmarkt. Viel Parade. Ja, sieht nice aus. Wie lebt? An einer Überdosis. Ah, was war da? Ranking, was ist das ein Bumms? Oh du Top. Alles mögliche kann man hier kaufen auf dem Markt. Schulden des Elektrohändlers eintreiben. Erpressung. Ja, schon von vorne, so. Hey Digga. Geld her. Ich verstehe. Wie kann ich mir helfen? Winston riecht diesen Ort und wenn du keine Probleme möchtest, hast du ihn. Period. Natürlich. Kein Problem. So leicht? Es ging schnell. Okay, gehen sie zum Ohrenhändler. Die Atmosphäre hier. Ja, die Atmosphäre hier ist schon geil. So ein bisschen Open-World-Feeling. Aber was gibt's hier? Eiscreme. 15 Hongkong. 15 Hongkong. Äh, ich glaub, ich glaub, 10 Hongkong-Dollar. Das sind doch 1 Euro, ne? Okay, erpressen wir den. Ey Digga. Geld her. Doggai hat gesagt, er ist in charge hier. Wir sind hier, die Börsen. Was ist der Typ, den wir benutzen, um die Verwaltung zu erklären? Ich bin nicht auf dich, Leute. Ich bin ein schwerer Typ. Okay. Packen wir den. Äh, in die Telefonzelle rein. Umgebungsangriff. Oh, mit ihm hier. Ruf mal irgendjemand an. Okay, jetzt. Und? Ja. Ja. Geld her. Dann gehen Sie zum Gemüsehändler. Ich glaub, er ist ein Ungel... Nein! Der, der, der schläft in der Telefonzelle. Wir arbeiten für Winston. Wir müssen Business diskutieren. Winston? Ich habe kein Business mit Winston. Jeder hat Business mit Winston. Ihr werdet sich bezahlen, wenn du verstehst? Geh sag Winston, dass er seine Scheine auf seinen Arsch. Oh, jetzt. Jetzt gibt's Ärger. Okay, komm. L-Shift und... Ich blocke doch. So. Okay, die machen wir fertig. Armbruch. Okay, einer noch. Den töten wir noch. Auf den Boden wie dir. Ah, da ist noch einer. Okay. Okay. So. Und jetzt? Gibst du mir jetzt dein Geld? Und sprichst du immer noch rum? Vielen Dank, lieber Gemüsehändler. Okay. Okay. Zum Metzger. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es heißt, Sleeping Dogs mit Minecraft Schwabbel. Ja, ich hoffe es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.